Grüß euch! Ich bin wieder auf die falsche Adresse gelandet. Ja, müsst ihr wissen, ich und Internet nicht so genau meins. So, jetzt, warte mal, jetzt tue ich den hier Link kopieren. Das wird eine gute Idee, dass wir vielleicht ein bisschen, wo wir uns schauen. So, jetzt probieren wir das Link kopieren. Okay, und jetzt komme ich ja da in WhatsApp, dass jeder weiß, dass ich da bin. Es ist irgendwie bei mir nicht immer erfolgreich. Es ist so schlimm. Ich habe alles vorher vorbereitet. Danach könnte ich nicht einfach rein. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich ein Rätsel. Jedes Mal, jedes zweite Mal klappt es. Ah, ich bin sowas von YouTuber. Ah, Gottes Willen. So, und jetzt, ich bin online. So, jetzt versuche ich das zu kopieren für die Leute, weil ich, natürlich, ich habe das wie immer alles. Eins, zwei, drei, vier, ich habe keine vergessen. Fünf. Jawohl, jetzt. Verschicken, verschicken, verschicken. Okay. Schauen wir mal, ob das überhaupt zum Öffnen geht. Ich hoffe, dass es öffnen geht, weil irgendwie, keine Ahnung. So, Achtung, es sind vier Leute da. Hallo. Hallo, Julianne ist da. Meine Fans sind da. Juhu. Julianne, wie geht's dir? Du hast wieder so wunderschöne Fotos. Ich habe jetzt irgendwie eine Idee. Wenn wir mal tanzen dürfen, wir können vielleicht unsere Choreografien einmal filmen zusammen und zu unserem Livestream dazufügen. Das wird eine coole Idee, glaube ich. Was denkt ihr dazu? Weil dieses Jahr gibt's ja keine Auftritte. Aber ich hoffe, dass wir das dürfen noch. Sonst müssen wir dann alleine filmen. Und ich, Natalia, mach da tipp, 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 wieder schnappen, 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 schnipp, schnippsen. So, Josi ist da. Grüß dich, Josi. Josi Finn ist da und freut sich. Ich auch. Oh Gott. Ich hab's ja alles wieder nicht unter Kontrolle gehabt, gerade um 15.30 Uhr. Ich hab's ja vorher alles eingeplant, so ein schönes Bild gemacht, aber ich könnte nicht rein. Ich muss noch lernen. Mensch, seit ein paar Wochen hab ich so viel dazugelernt, aber das konnte ich noch nicht. Vielleicht sagt mir jemand Bescheid. Ich habe sogar jetzt ein Kabel da. Ich weiß nicht, warum. Ich hab's heute extra Kabel nachgekauft, dass es keine Probleme mit Verbindung gibt. Ich glaube, dass es mit YouTube irgendwas läuft. Okay. Und ich hab's mit Annika gesprochen. Annika, das war so super. Ihr könnt, ich werde dann nach dem Livestream, sag mal, so noch ein bisschen bleiben. Und ihr könnt mir Videos schicken und ich kann euch direkt was sagen. Möchtet ihr dann meine, dass ich das mache? Weil es hat so toll funktioniert mit anderen Gruppen und mit euch haben wir das gemacht oder noch nicht gemacht? Nein, wir haben, glaube ich, noch nicht gemacht, so live. Das heißt, wir werden das letzte Mal tanzen und ihr filmt das. Und dann schickt mir und wir werden noch ein paar Mal tanzen und dann werde ich, sag mal so, verabschieden mit allen. Und dann können wir danach vergleichen, was da los ist. Ist das die richtige Variante oder was ist eure Variante? Eure Variante ist auch cool. Das ist nicht schlimm. Stella ist auch da. Grüß dich, Stella. Warum sieben? Warum hat sie sieben? Sie ist sieben geworden oder was? Sieben. Die Stella ist auch da. Tänzerin und sieben. Okay. So, wir starten bald. Weil ich bin heute ein bisschen zu spät online. Weil ihr weißt, ich bin so nicht so gut mit den ganzen Livestream-Sachen. Und ich werde es lernen. Ich habe es eher gestern den ganzen Tag verbracht, um das zu herausfinden, wie es geht. Ich versuche mich ja besser, sag mal so, da anzupassen, aber schwer. Ja. Jetzt habe ich gelernt, die Bilder zu machen, dann Videos schneiden und viel dazugelernt, aber das kommt noch nicht. Ah, Dankeschön für Likes. Das ist so nett von euch. Die freuen sich da alle. Ah, ich freue mich, wenn wir irgendwann wieder dürfen. Ich habe mich auch Gedanken gemacht, vielleicht können wir dann, wenn wir, wenn alle anderen dürfen, draußen tanzen. Und beim Schöne Wetter, warum können wir dann nicht auch draußen tanzen? Weil mir stört nicht, da muss man nur einen Platz suchen. Zum Beispiel in Pinskau ist es ganz cool, da gibt es dieses Pavillon in Brug. Da kann ich vielleicht fragen, wegen dem Platz, dass ich ja, dass ich vielleicht auf die Bühne da und wo kann man Gastein tanzen so überdacht, dass wir auch mit dem Regen tanzen können. Na, es ist nur Planung, weil ich weiß nicht, wie es weiterläuft mit der ganzen Schule und mit der ganzen, auf jeden Fall, ich bin optimistisch. Oh, wir grüßen dich, liebe große Klara. Und sie hatte schon Maske, sogar im Telefon. Stellte vor. Aber wir werden wahrscheinlich mit der Maske tanzen müssen. Das wird lustig. Klara. Sophia ist auch da. Grüß dich, Sophia. Geht es dir gut auch? Klara, auch gut? Ihr könnt da schreiben, was. Und, oder schreibt, schickt ihr ein Foto, dann sehe ich, dass es geht gut. So, Maske, du bist so cool. Irgendwie so coole Shorts. Stella, du bist voll schön. Schickt ihr eure Fotos. Vielleicht habt ihr es gewachsen und ich habe es nicht gesehen. Die ganze Woche vergangen. Okay. Zwei Minuten haben wir schon in unserer Zeit, weil ich bin heute ein bisschen zu spät. Und wir starten und alle anderen kommen danach. Michelle und Nicole sind da. Grüß euch. Wie geht's euch? Michi und Nicole. Ja, so viele Geschwister Emma und Stella. Michelle und Nicole, es ist ja schon viele Leute da. Sehr schön. Ich freue mich ja so sehr, dass ihr da seid. Und wir beginnen jetzt mit der Aufwärmen, okay? Probieren wir es heute was. Heute von den Jüngeren ist nur die Stella und noch die Kleinen. No. Nur Stella. Aber Stella schafft alles immer. Deswegen kann ich auch heute ein bisschen schwerer machen, oder? Mach mal ein bisschen schwerer. Ich habe eher zwei Varianten davon, was ich hier gebe. Und schauen wir spontan, okay? Mach mal so. Bisschen spontan. Okay, fangen wir an. Aufwärmen wie immer. Mach mal heute Nacht der Reihe. Tanzlehrer spielen. Ich tanze draußen. Wow. Du tanzt draußen. Heute draußen. Cool. Vielleicht machen wir auch dann, wenn alle gemeinsam draußen tanzen. Ich muss nur noch finden, wo wir das machen. Jetzt reißt den. In die andere Richtung. Super. Und die Hände dazu. Bitten. Und zeig mal. Anfang drehen. Geht das? Ihr müsst einfach drehen. Laufen und drehen. Fleisch, vereеб ? Fuck. 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 Und, jawohl, Kopf. Das ist einfach Traummusik. So an der Musik bist du, wenn du ein bisschen näher bringst, bringst du ein bisschen näher. Oh schnappen, schnappen, kn eBay. fest und dumm breakfast am Apfel of these mmm Zhenzia und stammer? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz ausgestreckte Hände und wir machen große Kreise. Vielen Dank. 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 So. Heute unser Schwerpunkt für unsere Choreografie sind die Hände. Und bevor wir starten mit der Choreografie starten möchte ich gerne mit euch die Hände zu lernen. So. Jetzt versuchen wir die Position zu halten. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr die Position haltet. Und wieder die. Geht das bei euch? Ihr müsst einfach die Hände ein bisschen vorne haben. Vorne ist leichter. Okay. Jetzt möchte eine... Oh, das ist mein Kind. Mein Kind draußen spült. So. Zu einer Position. Zu einer anderen Position. Glaubt das bei euch? Da sagt man, ja, ja, ich mag nicht. Und da hängen wir auf das Seil. Auf unsichtbare Seile. Schaut's. Genau. Okay. Nochmal. Wechseln. Wechseln. Geht das bei den Kleinen auch? Oder nicht so gut? Ha? Okay. Achtung. Jetzt. Ich möchte gerne aber, dass unser Rad bewegt zu sich. Hast du gesehen? Eine oben, eine unten. Zusammen. Ah. Das ist eine Zauber. Stimmt. Wieder öffnen. Achtung. Jetzt kommt der Rad. Dreht das Rad. Weiter. Wechseln. Klappt es. Weiter. Hast du gesehen? Eine oben, eine unten. Zusammenklappen. Aha. Habt ihr gesehen? Die stoßen sich. Und dann wieder zurück. Mal schauen. Boom. Jawoll. Und wieder hin. Danach wechseln. Bam. Und wieder zusammenstoßen und wieder weg. Zwei. Drei. Vier. Im Schnellen schaut das so aus. Aber musst du nicht so schnell machen. Das muss man nicht so schnell machen. Okay? Das haben wir nur gezeigt. Wie kann das ausschauen, wenn du das exakt übst. Mhm. Sogar besser kann man machen. Okay. Achtung. Nochmal. Fangen wir von die Fersetposition. Jetzt machen wir auf. Auf. Jetzt. Ellenbogel kommt nach unten und deine nach oben. Danach wechseln wir. Danach. Oben, unten. Wieder zusammen. Oben, unten. Ja. Zwei. Zwei. Wer hat das mitgekriegt? Eltern, schreib dir, falls das nicht klappt. Ich erkläre das noch einmal. Okay? Wir haben Zeit. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jawoll. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Glaubt es? So. Wichtigste bei den Sachen, dass ihr diese Position kennt. Ding. Ding. Und danach haltet man so fest, dass das ja nirgendwo rutscht. Ja? Sieht ihr? Aha. So ist richtig. Und jetzt wieder zusammen. Und wieder öffnen. Schaut. 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 Die zwei Hände parallel zum Boden. Und die Decke. Danach öffnen. Öffnen. So zur Seite öffnen. Wie die Rad. Habt ihr gesehen? Schaut. Wenn ihr es schnell macht, dann schaut wie ein Rad aus. Oder? Wenn ihr ganz schnell macht. Schuh, 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 schuh. Genau. Und so schnell muss man nicht machen. Okay? Zwei. Und jetzt wieder. Rad, 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 rad. Habt ihr gesehen? Der zeichnet einen Kreis. Ja. Seht ihr? Okay. Meine Hände zeichnen einen Kreis. Und das muss so sein. Okay? Ist das schwere Übung für die ganz, ganz Jüngsten? Oder nicht? Oder hat das geklappt? Stella hat das geklappt? Oder Niki? Die Niki ist ja nicht die Jüngste. Stella ist die Jüngste. Hm? Wie geht's? Okay. Machen wir's nochmal. Fünf. Weil das kommt in die Choreografie. Öffnen. Jetzt Seite. Schaut. Da ist der Ellenbogen. Die zeigt so hin. Und die anderen Ellenbogen nach oben. Eine nach unten, eine nach oben. So. Okay. Ihr müsst unbändig die Schulter da vorne haben. Sonst klappt das ja nicht gescheit. Und jetzt andere Schulter vorne. Ja. Richtig. Und zusammen. Hast doch schon was schweres ausgedacht. Für euch. Aber ihr seid schon voll cool. Ihr seid schon fünfter Tag online seid ihr. Mal. Deswegen seid ihr schon sehr gut. Fünfter Mal seid ihr. Bei wem klappt das schneller? So schnell machen wir auch nicht im Tanz. Wir machen langsam im Tanz. Okay? So. Okay. So. Wir beginnen unsere Choreografie. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und weiter. Das gleiche tun wir in die Uhrzeigersinn drehen. Eure Uhrzeigersinn ist die. Und ich mache in meinen Spiegeln. Okay? Und eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Schau mal vielleicht. Findet ihr einen anderen Rhythmus, welcher uns gefällt. Aber das ist nicht Schwere Anfang. Schwere kommt dann nach. So. Das ist ein sechster Lied. Kette. 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 Einz. Kann man immer langsam. 걔terkeit. Eins, 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 zwei, drei, vier und kleine, die kleine Sprung ist nicht so ein großer Sprung. Ich bin fast am Boden. Drei, vier, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Lass mal die Hände unten, dass die uns nicht stören beim Springen, dass die einfach so stark sind. Drei, vier und eins, zwei, drei. Super, okay, perfect. Einmal am Platz, einmal in Christ Reine, okay? Fünf, sechs, sieben, acht, sieben. Sehr gut. Perfekt. Ihr könnt euch als Roboter vorstellen in der ersten Tal, okay? Die Roboter Josefine oder Roboter Annika. Alles Roboter. Oder die Helene Roboter. Wer ist denn da? Immer oder Stella? Oder Julia Anna? Wer ist der Roboter? Alle schöne, 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 hübsche Roboter. So, Achtung. Dann, ihr habt es gemacht. Kleiner, langsamer, langsamer. Schneller, 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 Sprung. Langsamer, langsamer. Schneller, 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 Sprung. Perfekt. Weiter. Ich glaube, ihr habt eine Nachricht bekommen. Vielleicht ist jemand noch da. Ah, so schöne Bilderschöben. Okay, ich darf nicht da blinken. Wow, die Annika hat das im Garten. Sehr schön. Okay, und ihr habt da so schöne Kleider, Michelle. Michelle und Niki haben so schöne Kleider. Okay, Achtung. Dann, 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 dann. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, schon wieder da. Weiter. Machen wir unsere Hände. Wir haben heute unseren Schwerpunkt. Das heißt, wir tun sehr öfter diese Hände verwenden. Weil das ist die andere Art von Bewegung. Koordinativ ist ein bisschen schwer. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr ein bisschen fädert, weil unsere Roboter sind dicke. Fädere da. Fädere. Und hier auch Fäder. Das ist überall Fäder bei der Roboter. Und eins, zwei, eins, zwei. Mach mal. Eins, zwei. Und eins. Schaut. Wenn ich ja die Hände noch nicht öffne. Und da öffne ich, wenn meine Brust raus ist. Und wieder rein. Eins, zwei. Und eins, zwei. Und eins. Schaut. Und ist das rein. Und da ist er raus. Aber denkt ihr nicht zu viel. Es kommt einfach. Es kommt, wenn ihr einfach musikalisch das macht. Wechselt eure Hände. Okay. Ist schon müde, die Hände? Ja, das ist eine anstrengende Übung. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Und kommen wir runter. Sieben, acht. Und zur Seite. Schauen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Verstanden? Das ist unser erster Teil. Zuerst stehen die. Mach mal so vielleicht eine Geschichte ausdenken, dass ihr leicht merken könnt. Die Roboter stehen jetzt gerade auf dem Aufstellungsraum. Und die alle haben gedacht, die können da gar nichts mehr. Weil die ist schon so alt zum Beispiel. Oder keine Ahnung was. Aber die möchten gerne tanzen, die Roboter. Und ihr seid die Tanzroboter. Und ihr seid die, ihr seid die. Ist das schwer? Ich glaube, ich habe noch ein paar. So, okay, bereit? Eins. Drei, vier und runter. Vier und zur Seite. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Okay, verstanden? Passt. Achtung. Danach. Mach, 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 mach danach. Stromausfall. Hopp. Schau dir beide Hände und beide Kopf am Boden. Und dann, bam. Nochmal. Und beide Hände nach unten. Hopp. Und hopp. Jawohl. Fünf, sechs, sieben, acht. Hopp. Und hopp. Jawohl. Und bei dem machen wir es auch dazu. Weil, wir haben noch keinen Strom. Nein, keinen Strom. Nein, kein Strom. 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 Ei, versteht mich. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, vier und fünf. Keine, keine, keine. Aha. Passt. Verstanden? Warten. Und, bam. Zwei, drei, vier. Und kein Strom. Deswegen bewegen wir uns nicht, ja? Eins, zwei, drei, vier. Bewegen wir uns nicht. Haben wir es gemacht. Fünf, sechs, sieben, acht. Kein Strom. Drei, drei, vier. Kein Strom. Sieben, acht. Jetzt kommt er. Kommt er wieder. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Klappt? Passt. Mit Musik, bitteschön. Ihr seid so talentiert. Gut, das weiß ich. Drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kein Strom. Kein Strom. Und. Sechs, sieben, acht. Genau. Sehr schön. Voll gut. Voll gut macht ihr das. Achtung. Schau, dass die Ohren Ellenbogen oben sind. Und dass ihr überhaupt eine Linie behaltet. Okay? Ach so. Passt. Machen wir es nochmal. Machen wir nochmal. Bei jedem geklappt. Seid ihr. Geht ihr bitte schon auf die Ladestation zurück. Und ihr beginnt. Eins, zwei. Und eins, zwei. Und hoppsa, hoppsa. Weil ich schaffe es nicht zu schnell zu meinem Platte. Ich schaffe nur auf die Größe. Und nun. Drei, vier. Oh. Schöne. Hoch. Jawohl. Passt. Und das habe ich fast vergessen. Vier. Okay. Ich glaube, es ist ein bisschen zu leise. Habt ihr was gehört? Machen wir es bitte lauter. Bereit? Besonderes. Welche. Woof. Mei. So, weiter. Wir haben mit euch mal gelernt jetzt gerade die Bewegung. Das kommt dazu. Eins, zwei, konzentrieren. Drei, vier, eins, zwei, einen Bauch, einen oberen Kopf und jetzt schließen wir. Jetzt wieder einen zum Bauch, einen oberen Kopf, dann wieder. Da halten wir ganz genau die Ecke. Dazwischen kann man ein Buch durchstellen. Das wird eine schöne Buchaufstellung. Okay, verstanden? Das sind die schöne gerade Ecke. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da machen wir die Hände, weil ich weiß, es ist so schwer zu konzentrieren, wenn wir diese Bewegung machen. Stimmt? Es ist so schwer zu konzentrieren. Darum kann man dann nur die Hände machen. Und wenn ihr danach die Hände kann, dann kann man irgendwas noch dazu, die Hände, die Füße dazu, egal was ihr tut. Es muss nur einfach koordinativ klar sein. Okay. Machen wir es nochmal? Jetzt haben wir laut. Mockt nicht. Mockt nicht. Mockt nicht. �ROKT goodness. Mockt nicht. Passt nicht. Seit der Schale. Okay, cool. Hast du es geschafft oder nicht so? Ich weiß, dass Bewegung muss man wirklich sich ganz genau konzentrieren. Machen wir das noch einmal. Die Hände zusammen. Machen wir auf. Guck, guck. Am Bauch und über dem Kopf. Seite. Beide Seiten, ja. Und einen Ellenbogen hoch, dass ihr ganz genau habt. Jetzt andere Ellenbogen hoch. Und Schulter. Genau. Zusammen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, jetzt haben unsere Füße seit langem nicht mehr getanzt. Jetzt tun wir damit die Füße tanzen. Die Miros, welche schon aus der älteren Gruppe, die haben das schon mit mir ein paar Mal gelernt. das, das ist die Gruppe Mamito, glaube ich, die haben das gelernt. Andere, alle, alle können das so machen, ja. Das geht auch, oder? Geht's bei euch? Weil es nicht so viel Platz geht, machen wir einen Kreis. Sieht mal eine Füße? Füße, Füße, Tee, Füße, Tee, Füße, Tee, Füße, Tee, Wisst ihr das? Okay. Okay, nochmal. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Okay, wir können das schon schnell. Machen wir in die andere Richtung. Wir sollten in beide Richtungen gehen. Zehe. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Uh, cool. Schaut gut aus. Machen wir nochmal. Und. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Falls bei jemandem nicht so schnell klappt, der kann ein bisschen langsam machen. Jawohl. Macht er doppelt langsam, dann ist es auch richtig. Weil wir tanzen alle jetzt nicht in einer Choreografie. Wir tanzen für uns selbst in unserer Wohnung oder in unserem Haus. Und dann tun wir es. Fünf, sechs, sieben, acht. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Wann kann das schneller? Der macht das schneller. Sonst macht er langsam. Fierse, Zehe. Fierse, Zehe. Genau. Wir machen folgendes. Jeder in eigenem Tempo. Wer langsam, wer schnell. Aber tut er, tut er, tut er langsam und wieder zurück in die andere Richtung. Da, da, da. Wer macht das schneller? Wer macht das schneller? Der kommt sogar in den ganzen Kreis und wieder retour. Wer macht das nicht schneller? Wer macht das langsamer? Der geht nur die Hälfte und wieder retour. Beide ist richtig. Das heißt, mach dir auch keine Gedanken. Das muss nicht so mönig sein. Was machen die Hände? Die Sonnenaufgang. Und wieder zurück. Das heißt, wir beginnen mit der Sonne. Wow. Okay, sag mal so. Wow. Dann weißt du, in welche Richtung die Hände kommen. Wow. Genau. Was haben wir vorher gemacht? So. Wir haben es gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Danach haben wir es gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und danach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wieder in die andere Richtung. Fünf, sechs, sieben. Sieben, acht. Bei wem überhaupt nicht klappt das mit dem Drehen? Das kann bei den Jüngeren passieren. Aber ihr sollt keine Gedanken machen. Dann machen wir einfach so laufen. Okay? Die Hände her und wieder retour. Sieben, acht. Trotzdem, drei Varianten, sag mal so. Alles ist richtig. Okay? Machen wir es bitte schon mit Musik. Kennt ihr das noch? Die Aufstellung von der Roboter. Und dann? Die Aufstellung von der Roboter. Und dann? Und dann? Und dann? 5, 2, 3, 4 und. Und. 7, 8 und 1. So haben wir so eine Aufnahme. So, ich habe jetzt gerade eine neue Variante entdeckt. Wir haben das letzte Woche eh einmal gelernt. Machen wir das vielleicht auch mit? Weil das ist eine schwerere Variante. Aber ich glaube, das schafft ihr auch. Dass die eine Hand macht den Sonnenaufgang und einen Untergang können. Schaut ihr. Klappt das? Beide Hände gehen zur Seite. Das ist ja meine gerade Seite. Danach wieder. Das haben wir gut gemacht. Ich habe es im Video gesehen bei dem Jeroß, weil ich es ja schon geschickt habe. Jawohl. Lass uns so machen. Genau. Wow. Voll schön. Und noch habe ich da überlegt. Wenn wir langsam machen, vielleicht tun wir die nicht ganz so machen. Schaut. Wir haben es gemacht. Nach dem 5, 6, 7, 8. Danach öffnen. Wechseln. Wechseln. Da. Bam. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Wieso nicht? Weil dann haben wir ganz schön musikalisch. 2, 3 und wieder zu. Und danach von diesem Zustand, die kommen einen nach oben, einen nach unten. Und einen nach oben und einen nach unten. Jetzt mit mir alles logisch. Das wäre auch logisch. Nach dem bestimmt was auch. Okay, wir machen mal das jetzt. Choreografieren. Und wir machen nach oben. Oben, unten, oben, unten. Und 2, 3. Wir machen mal so. Dann ist das ganz, 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 ganz perfekt und logisch. 5, 6, 7, 8. Oben, unten, oben, unten. 1, 2, 3, 4. Weiter. Öffnen. Seite. Wechseln. Seite. Und wieder zurück. Und zusammen. Das schaut jetzt gut aus. Und jetzt weiter. Ah, 5, 6, 7, 8. Ah, 5, 6, 7, 8. Das waren unsere Hände. Ist das schwer? No, Pala, was ist das los? Warum so schwer? Hm? So ist es. Tanten ist schwer. Koordinativ ist es sehr schwer. Wenn ihr es geschafft habt, seid stolz auf euch. Ich glaube, besonders ist das hier. Achtung. Öffnen. Fenster hier. Öffnen. Runter. Wechseln. Runter. Und jetzt in die andere Richtung wieder. Zurück. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ich bin gespannt wegen dem Video. Schafft ihr das oder nicht? Ich habe so, das ist ja normalerweise nicht für die kleinen Kinder, aber ich glaube, es schafft das schon. Weil es ist jetzt so gut bei mir. Ich bin froh, wenn ich das dann mal wieder sehe, und dass ihr mir alles das zeigt. Und dann filmen wir vielleicht mal. Fünf, sechs, sieben, acht. Und öffnen. Zwei, drei, vier. Und wieder zurück. Nichts zu machen. Eins, zwei, drei, vier. Voll gut. Das macht ihr gut. Das macht ihr gut. Okay. Von Anfang, Karl. Jawohl. Ist schon der Kopf schon müde. Du musst vielleicht trinken, Wasser trinken. Okay. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Zwei, zwei, drei, vier. Zwei, zwei, drei, vier. Und schließe. Und eins, zwei, drei, vier. Und direkt durch. Und zwei, drei, vier. Und sechs, sieben, acht, sechs, zwei, drei. Zwei, drei, vier, drei, vier, drei, vier. Super. Okay. Machen wir es nochmal im Kopf. So. Zuerst. Hops, hops. Eins, zwei, drei, vier. Wir sind in der Aufstellung. Aufstellung und schauen, ob keine Menschen da sind. Weiter. Weiter. Haben wir der Kuhl, der Tanz und immer die Knie füren. Und da ist auch immer funktioniert. Eins, zwei, drei und vier. Runter, zwei, drei und vier. Seite schauen wir. Und in die andere auch. Fallen. Kein Strom. Kopf runterhängen. Und hoch. Kein Strom. Nein. Kein Strom. Und wieder dreimal. Eins, zwei, drei. Hierbei drittem Mal. Fünf, sechs, sieben, acht. Habt ihr gesehen? Ich habe es so gemacht. Huh. Öffnet. Geöffnet. Und wieder zusammen gemacht. Jetzt eure linke Hand ist oben. Und wir öffnen. Aber das ist nicht so schlimm, wenn diese andere Hand auch. Es ist egal. Hauptsache, dass ihr öffnet. Danach. Seite. Wechseln. Wechseln. Jetzt in die Mitte. Und eine am Bauch. Und nicht zumachen. Jetzt weiter. Da. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt tun wir Kreis zeichnen. Da mit beiden Händen. Jawohl. Unser riesiger Kreis. Das machen wir alles mit den Füßen. Wer kann das schon mit dem. Wer macht das. Wer kann das nicht. Der macht das mit zwei Fersen. Wer kann nicht mit zwei Fersen. Wer kann auch laufen. Und das geht nicht mit zwei Fersen. Genau. Drei, drei. Passt. Machen wir mit Musik. Dann zeige ich euch weiter. Und. Komm. Drei, vier und. Fünf, sechs, runter, vier und. Seite, zwei, drei, vier. Róttist og jón. Við erum. Það er ogð. Bína, aftur höfðin. Svea. Góða. Og langt upp. Og samla honum. Og samla honum. Og samla honum. Achtung, Achtung, wir schauen in die Seite, zur linken Seite. Dann, 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 und hopp. Alle verstanden? Na? Okay, nochmal. Sechs, sieben, acht. Pam, 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 parapam, pam, tan, 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 daratantan. Schneller, schneller. Pam, 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 pam. Fünf, sechs, sieben, acht. Und die Hände runter. Na, genau. Zwei, und drei, und vier. Eins und zwei und drei und vier und genau. Passt. Machen wir es mit Musik? Passt, gut, sehr gut. Geht noch mit Denken. Ist das so das Schwere? Oder? Schwer. Besonders wahrscheinlich das Schwere. Dann schreibt mir die bitte schon eure Meinung. Guckt das noch schon viel zu schwer oder was geht noch? Ich glaube, schafft ihr das, oder? Ich kann nicht wissen, ich habe keine Videos von euch. Warte. Ich mach mit. Und rund zwei, drei, vier und sich交 zusammen. Sie man acht, gib dir ein Köln, Seidenssyn. Sie man acht, sag man, den Tag. Ein Mann. Wie geht's? Habt ihr noch Strom? Habt ihr keinen Strom mehr? Echt? Cool, dann machen wir es nochmal. Ich habe mir gerade vorgestellt, meine Roboter. Ich habe mir gerade Kostüme vorgestellt. Und dann kann man dieses coole Kostüme machen. Ich mach mit. Was, was, was? Und runter. Drei, vier. Und dann zusammen. Und dann zusammen. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. So, bereit für die nächste Teilchen, oder nicht? Ja, schon. Wir haben noch nicht so viel von dem Tanz und ich habe es gedacht, wir tanzen immer neue Choreografien, weil nicht jeder ist immer da. Ja, ich habe es gesehen, dass es ja von den Gruppen so viel fehlen noch und die lernen immer nach, aber im Endeffekt haben wir alle Bewegungen danach. Was wir in dieser Choreografie so üben, wir können danach in die Tänze reinstellen und dann wird es so cool. Oder wir können mit den Leuten, die jetzt schon gehen, einmal Aufnahmen machen, wenn wir uns aneinander treffen, dann irgendwann, wenn wir dürfen und wir können dann so coole Aufnahmen machen. Genau von unseren Tutorials, sagen wir es so. Wir haben so coole Tänzer schon getanzt. Wir haben Gespenste getanzt. Wir haben noch dann den Alien getanzt. Dann haben wir letzte Woche dann die Schlangen auch getanzt. Und heute haben wir ein bisschen Roboter-Style. Okay, ist jetzt schon cool. Okay. So, fünf. Und falls jemand das, ich weiß noch nicht, und noch haben wir normale Choreografie gebraucht. Das ganz erste war die ganz normale Glaube, oder? Und da könnt ihr einfach nachschauen. Einfach einmal im Live-Stream anschalten. Noch einmal und dann schauen. Fünf, sechs, sieben, die zweite, letzte Teil. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier. Laufen, laufen, laufen. Und wir machen so. Laufen, 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 laufen. Zack. Jetzt sind wir kein Roboter mehr. Ist da drinnen. In jedem Roboter steckt ein Mensch. Das ist ein Kostüm. So, ich hatte gerade Spezieffekte für unseren neuen Tanz. Da haben wir zum Beispiel ein Roboter-Kostüm getanzt. Und dann auf einmal die Musik kommt und da tun wir. Ciao, Kostüm. Wir sind ja da alle nicht Roboter, sondern die normalen Danzerinnen. Hm? Spezielleffekte. Ah, ich habe es immer Vorstellungen, meine Fantasie. Okay. Okay. Wir sind normal schon wieder. Wir sind kein Roboter mehr. Wir waren nur die Versteckten. Okay. Und dann weiter. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Und dann. Fünf, sechs, sieben, acht. Weiter in die Richtung gehen wir. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kennt ihr den Schritt schon? Ja, ihr müsst das schon kennen vom letzten Unterricht. Falls jemand nicht da war, dann zeige ich noch einmal. Wir laufen rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Nicht schwer, doch. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und wenn ich jetzt mit dem anderen Fuß beginne, dann wird mein anderer Fuß erst hoch. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Perfekt. Okay. Gut. Fünf, sechs, nach vorne. Sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. So, versuchen wir die drei Bewegungen, die wir gerade getan haben, irgendwie zu kombinieren. Hm, ich werde jetzt ganz kreativ sein. Wie machen wir es? Und zuerst vier, fünf, sechs. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs. Mach mal so. So, haben wir schon umgezogen, aber vielleicht ist es ein Spezialeffekt. Nochmal. Wir haben es beim ersten Mal länger gedauert. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Nur nach dem ersten Mal schmelzen die Gehirne schon. Nach drei Minuten. Dann geht das ja wieder schon. Das ist die vorletzte Übung. Das heißt, ihr merkt das alles. Und dann machen wir noch öfter tanzen. Das ist die letzte Dreierbewegung. Jetzt noch zu konzentrieren. Fünf, sechs, sieben, acht, zwei, drei, vier. Seite, 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 Seite. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Und da müssen wir mit links gehen. Eins, zwei. Aber falls es passiert, dass man mit dem falschen Fuß beginnt. Fünf, sechs. Es ist egal, weil wir danach auf die zwei springen. Das heißt, dann ist das eure Variante. Variante Nummer zwei oder drei. Das heißt, macht da nichts. Das heißt, wenn wir in die Richtung normalerweise, haben wir linke Seite, ja, linke Fuß und in die rechte Fuß, wenn ich ein Spiegel für euch bin. Okay? Genau. Genau. Richtig. Genau. So. Wir sind jetzt die Menschen. Jetzt ziehen wir unsere Robotergestone aus. Und drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt sind die coole Miosen da. Und vielleicht Jungs. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hopp. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sieben, acht. Geschafft. Weiter. Weiter. Beim letzten Mal auch, oder? Na? Es passt. So. Schauen wir jetzt mit Musik, wie es liegt. Weil wir haben gerade was choreografiert mit euch zusammen. Und jetzt schauen wir, was da los ist. Ich möchte mitmachen. Bist du schnell. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sieben, acht. Ed escenst. Eins, zwei, drei, vier, fíðu. Fünf, fünf, sieben, acht. Vielen Dank. Okay, noch der letzte Teil einmal zusammen und dann bitte ich die Eltern, die Kameras in die Hand nehmen und einmal filmen, dass ich weiß, um was es geht, wer schafft, wer schafft es nicht oder schaffen bestimmt alle, nur welche Varianten davon, ja? So, Achtung, machen wir das letzte Teil, wenn wir gelaufen, gelaufen, gelaufen und jetzt haben wir die Kostüme raus und jetzt sind wir die Menschen. 1, 2, 3, 4, Seite, 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 habt ihr gesehen? Wenn ich Hüfte da habe, dann meine Hände, Ellenbogen kommen zur Hüfte. 3, 7, 8 und wieder nach vorne, her und wieder die Tour, hopp, 2, 3, 4 und wieder da, 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 hopp, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann die Pause, tschak. Okay, jetzt machen wir einmal ohne Musik, ganz von vorne und die Eltern bereiten die Kameras und wir tun das. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, jetzt mit der Drehung, 5, 8 und 1, 2, 3, 4 und runter, 7, 8 und 1, zur Seite schauen, wieder zur Seite schauen, bam, 2, 3, 4, bam, 2, 3, 4 und die Füße zusammen und die Hände dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zusammen, �, tic, 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 sieben, acht, tic, 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 t zusammen, laufen, laufen, jetzt kommen die Menschen, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nach vorne, schau mal, wieder retour, ja, wir sind die Menschen, ja, genau, und zum Schluss, ganz schön, schaut, nicht vergessen, Hüfte und die Hände, Pellenbogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und Ende, Pause, tschau, irgendwas, wie für Foto, okay, ich freue mich, wenn ihr jetzt mir die Aufnahme macht, ohne Musik oder mit Musik, und schickt mir da einfach, okay, so. So, ich bin bereit, warte, 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 mit. Taaaa Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt machen wir es noch ein paar Mal und die Eltern in der Zeit können mir Aufnahmen schicken und wir werden dann schauen, wer welche Variante gemacht hat, okay? Da freue ich mich besonders, wenn ihr, ihr habt das von Josefin schon gekriegt, aber ich bin so neugierig. Aber wir tanzen noch, zweimal tanzen wir die Choreografie, dass ihr wirklich schon tolle Roboter seid, okay? Aufmerksamkeit? Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe, ihr habt keine Fehler gemacht wie ich. Okay, so, letztes Mal, Tanzmas! Freue mich schon! So, der Efect! So, ich hoffe, ihr habt keine Fehler gemacht wie ich. So, ich hoffe, ihr habt keine Fehler gemacht wie ich. So, ich hoffe, ihr habt keine Fehler gemacht wie ich. So, ich habe nicht into Mittag gegessen, also schon. Ah, deswegen. Verstehe schon. Okay, so. Erste hat die Josi. Schauen wir mal, was die Josi macht. Deine Mama ist ein guter Paparazzi. Sie schaut ganz genau. Voll gut gewinnt. Genau, genau richtig, Josephine. Voll gut. Jawohl, genau, richtig. Immer ins Knie kommen. Probierst du es immer ans Knie kommen? Genau, voll gut. Und du hast so schön, schönen Roboteranzug schon. Perfekt. Wow, das machst du wirklich gut. Wow, das machst du wirklich, das Bewirken machst du voll gut. Jawohl. Genau, sieben, acht, genau. Anderes rum. Perfekt. So konzentriert. Genau, rausschauen. Genau. Ja, genau. Wow, das machst du gut. Noch ein paar Mal üben, dann ist du überhaupt ohne mich kennen. Besser sich. Jawohl. Und jetzt Pose. Das machst du wirklich gut, Josephine. Das machst du gut. Du machst das ja ganz gut. Das hast du so gut überhaupt gemacht. Ich habe gedacht, das schreibt bei euch nicht so gut, aber das ist gut. Aber das Einzige, was mir auffällt, dass ins Knie nichts geht. Bäh, bei dem. Dann kannst du an dem arbeiten. Das kannst du, das schaffst du. Aber sonst, perfekt. Freut mich auf die andere Aufnahmen. So, das ist die nächste. Okay. So, hier. Ah, Stella. Jawohl. Voll gut. Du bist schon Tanzmaus. Genau. Und du auch Kniefällen. Weil die hat Pferde. Der Roboter. Unsere Roboter hat Pferde. Ja, aber das stimmt. Jawohl. Vielleicht Ellenbogen ein bisschen höher heben. Bei den Sachen. Dann wird es leichter. Genau. Genau. Schau. So Ellenbogen heben. Genau. Dass die eine Linie bilden. Dann wird es ganz leichter. Deswegen klappt es nicht, wenn du das machst. Weil du die nicht hebst. Aber sonst, gut. Und nur langsam machen. Langsam da. Genau. Jawohl. Das ist jetzt alles cool. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Jawohl. Jetzt Stella. Perfekt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Dankeschön. Das ist, glaube ich, die Erde-Variante, wenn ich noch nicht fertig war. Okay. Dann schauen wir uns, ist vielleicht etwas Neues geschickt. So, Ani. Deine Lieblings-Teppich, welcher immer zusammenrollt. Voll gut, Ani. Jawohl. Schaut auch, dass die Hände, dass die Ellenbogen am Platz bleiben. Nur die Hände hier rum. Okay. Genau. Und die Hände sind hierher. Höher, Ellenbogen. Genau. Perfekt. Genau. Jawohl. Ein bisschen höher da, dann wird es genau klappen, ja? Mit der ganzen. Genau. Jawohl. Ein bisschen schwer, Choreografie. Genau. Aber so super gemacht. Jawohl. Richtig. Jawohl. Das ist alles überhaupt perfekt. Und laufen, laufen, laufen. Einen. Super. Yeah. Das zeigt ihr so. Das macht mir auch Spaß beim Zuschauen. Voll gut. So. Okay. Schauen wir weiter. Das ist so super. Ihr seid so talentiert, Mäuser. Voll talentiert. Die Klara. So süß. So cool. Jawohl. Jawohl. Ein bisschen weit auseinander, die Hände. Dann kannst du schon einen Kreis zeichnen. Das ist ein kleiner Kreis. Das ist ein großer Kreis. Genau. Jawohl. Die kurze Variante von dir. Passt. Passt. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Noch kurz ein bisschen. So. Oh. Da hopsten die zwei. Die Steine. Na voll gut. Na voll gut. Und Ema. Die sind so super Roboter. Genau. Richtig. Was gefällt mir, dass du die Knie dazu benutzt. Das ist sehr gut. Oh. Genau. Voll gut. Jawohl. Genau. Richtig. Perfekt. Wieder. Na Ema. Gewechselt. Da musst du mal bei dem direkt zur Seite. Wenn du in die Seite gekommen bist, dann musst du zurückkommen. Ah. Die haben so eine Choreografie gemacht. Zu zweit. Die haben es gewechselt. Voll gut. Das habt ihr gut gemacht. Echt. Wow. Ja genau. Voll gut. Jawohl. Laufen, laufen. Zack. Das macht Spaß euch zuzuschauen. Und die haben ein Duett. Die sind zu zweit. Noch besser. Ich habe eine Lustige da. So. Mami. Schaltet die öfter die Musik an. Oder die Links zu. Wenn ich ja so Choreografie. Choreografie und schon fertige Choreografie habe. Und die können mit mir tanzen dann. Das ist so super. Das machen die gut. Und wenn die üben. Perfekt. Perfekt. So. Okay. Das ist die Michelle und Nicole. Auch du. So schöne Kleider. Wahnsinn. Genau. Richtig. Wir sind zu schwer Choreo heute. Wow. Das Moment macht es so schön. Jawohl. Super. Drei. Drei. Vier. Voll gut. Genau. Richtig. Jawohl. Und jetzt hier rum. Ah. Die wechseln auch. Die haben auch Choreografie ausgedacht. Das macht mir Spaß. Wollt ihr zuschauen. Perfekt. Perfekt. Ihr seid schon cool. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Und zum Schluss. Eine schöne. Machst du euch schöne Pose. Habt ihr gemacht. Wirklich gut. Michelle und Nicole. Für erstes Mal. Ihr habt euch heute so große Choreografie wiedergegeben. Zum Trainieren. Macht ihr wirklich super. Okay. Schauen wir. Ist jemand noch dazu? Was geschickt? So. Die Ani noch. Ani hat jetzt größere Choreografie. Aha. Die. Die. Ende Choreografie. Perfekt. Ich hab. Jawohl. Du bist so süß. Und die lacht so schön. Das gefällt mir. Der Papa macht mit. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Genau. Du machst das voll gut, Ani. Jawohl. Genau. Das muss man noch lernen. Genau. Dass es ja so langsam geht. Nicht so schnell. Ja. Genau. Genau. Die Hände können doppelt langsamer sein. Okay. Dann ist es sehr leichter. Aber sonst schaut voll ohne Fehler fast. Jawohl. Genau. Ani. Ihr seid sowas vom Star, Ale. Mir gefällt das einfach. Aber ich hab wieder ein bisschen zu komplizierte Chorebrüfe gemacht für euch. Versuche nächstes Mal nicht zu komplizierte machen. Okay? Aber sonst habt ihr voll gut geschafft. War Ani super. So. Das gibt's ja noch. Gibt's noch irgendwelche Nachrichten? Aha. Na. 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 Okay. Dann sage ich euch alles Gute. Wem hat gut gefallen, bitte schon Daumen hoch. Und ich freue mich, dass euch nächstes Mal zu sehen, nächste Woche, um die gleiche Uhrzeit. Und ich bereite ein neues Thema vor. Und vielleicht nicht so lange. Weil ich hab's gemerkt, wenn wir lange Choreografien tanzen, da ist es ein bisschen kompliziert. Aber trotzdem macht mir Spaß. Weil immer mit einer Geschichte tanzen immer leichter als ohne, ja? Und ich weiß nicht, welches Thema wir dann nehmen. Was soll ich auf ein Thema nehmen? Ihr dürft mir auch mal, wenn ihr jetzt schon was überlegt, schaltet die Video an von Stream und schreibt da unten. Da sehe ich die Kommentare. Hm, wir möchten dann gerne, weiß nicht, Papageientanz oder Tomatentanz oder keine Ahnung, was ihr wollt. Und da kann ich es schon mit mir geben. Das Problem ist das Einzige, dass ich ja keine Musik, so richtige Musik verwenden darf, was ich ja genau liebe und so. Und die Kindermusik darf ich ja gar nichts verwenden, weil die alle sind so, die haben ein Urgaberecht oder wie heißt das auf Deutsch? Und danke! So, Felina ist dabei. Wir schaffen's schon! Jawohl! Du hast es geschafft! Danke, Johann! Das ist ja die Josefin. Gerne! Hat mir Spaß gemacht, euch zu sehen. Und vielen Dank, schreibt die Diana Weigl. Mädels, tschüss! Alle, Mami, tschüss! Sehr schön mitgemacht und ich bin stolz auf euch. Und jetzt raus auf den frischen Luft wahrscheinlich, oder? Passt! Tschüssi! Ich gehe jetzt auch wahrscheinlich ins Garten, kann man so sagen? Okay. Und schaue, was da los ist. Ich muss jetzt eure Aufnahmen machen. Vielleicht mache ich draußen die Aufnahmen. Hm, das ist eine gute Idee. Und danach könnt ihr die Aufnahmen schauen und mittanzen. Wenn ihr dann Lust habt, die alle unsere Tänzer, Quarantäne-Tänzer, unsere Ferien-Tänzer zu üben, würde mich total freuen, wenn ihr das nachübt. Und natürlich, wenn wir uns treffen, wir machen was auch, was Besonderes. Und ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was ihr mir dann überlegt habt und dann schreibt ihr unter dem Video oder in den Kommentaren, was ihr möchtet für Tänzer tanzen. Oder eure Wünsche überhaupt. Vielleicht klappt das bei mir. Vielleicht finde ich irgendwelche Musik zu dem Thema. Soll ich in die Ballettrichtung gehen, ihr? Oder in welche möchtet ihr? Hat euch Ballettchoreografie mit den Gespenst gefallen? Schreibt es einfach, okay? Und tschüssi! Schönen Tag noch! Pfiat euch! Ihr seid klasse! Schönen Tag noch!